Hinter den Laboren Ein Roman von Jörg Bergstedt Erschienen im Seitenhieb Verlag Teil 10 – Verzweiflung macht sich breit Es ist ein alter Menschheitstraum, nicht zu altern und nicht zu sterben Mit einer bahnbrechenden Entdeckung in den Laboren der Spezialfirma BioGeronto scheint er Wirklichkeit zu werden Doch Komplikationen treten auf Die Technik wird teuer und es bedarf der Forschung an Embryonen Gesellschaftlicher Widerstand regt sich Üblicherweise kein Problem für modernes Firmenmanagement Denn soziale Bewegungen sind handzahm geworden Doch diesmal verläuft die Sache anders Die Branche gerät unter Druck Und macht Fehler Laborbaustellen werden besetzt, dann zerstört Auch die Polizei nimmt ihre Gegend nicht zu leicht und muss lernen Eine Sonderkommission ermittelt Das Drama nimmt seinen Lauf Zwischen Spurensicherung, Vernehmungen, öffentlichen Debatten und Strippenziehen hinter den Kulissen der Forschungsförderung entwickelt sich ein Krimi der besonderen Art Glauben Sie ja nicht, die fantastische Erzählung könnte irgendetwas Wahres enthalten Einigkeit trotz Gegensätzen Alle waren gekommen Chris saß als Vertreter der Universität auf dem Podium Und konnte so als unabhängiger Wissenschaftler glänzen Ajit vertrat die Firmen Ein Beamte aus dem Technik- und Forschungsministerium Und die in der Sache eher neutrale Dienstleistungsgewerkschaft waren dabei Während jeweils eine Person der Violetten und der Stiftung Gott und die Welt den kritischen Flügel übernahm Spielten Wie Marvin es auf dem Föhrgib-Treffen recht offen formulierte Die Krönung war Karen als Moderatorin Gesetzt als Vertreterin der Universität, die als Veranstalterin fungierte Am Eingang warteten ein paar Protestierende Sie verteilten Flugblätter, in denen sie den Abend als reine Schau mit verfilzten Pseudowissenschaftliches und weichgespülten Kritikis bezeichneten Als Chris an ihnen vorbeiging, erkundigten sie sich nach den Akteneinsichtsanträgen an die Uni Die verstehen sie sowieso nicht, fauchte er zurück und verschwand im Gebäude Drinnen war alles in fester Hand ausgewählter Studis, Pressevertretis und der Eliten aus Forschung und kommerzieller Praxis Die Diskussion drehte sich immer wieder um die Frage, ob eine gesellschaftliche Spaltung entstehen oder vertieft würde Die Schere zwischen Lebenserwartung reicher und armer klafft jetzt schon um viele Jahre auseinander Das zu verstärken ist sozial ungerecht, führte dir Vertreti der Violetten siehende schärfste Kritik ins Feld Von der Gewerkschaft waren Forderungen nach Lohnsteigungen gerade im Mittelstand zu hören damit wenigstens ein paar mehr Menschen sich die künstliche Lebensverlängerung leisten könnten Beide ließen sich willenlos für den Ruf nach intensiverer Forschung gewinnen um die Chance zu erhöhen, dass die Vorteile der Senexik mehr Menschen zugutekommen würden Das war eine sichere Bühne für die Befürwortis Im Ergebnis appellierten alle an die Regierenden, weiter und sogar zusätzlich Geld bereitzustellen Das gefiel Marvin, Chris, Karin und allen, die da waren So ließ sich der Prozess entschärfen und wurde sogar nützlich, ohne dass irgendein Druck ausgeübt werden musste Die unabhängigen Aktivistis, die solche Spiele nicht mitmachten, standen draußen in der Dunkelheit und wirkten eher wie schlechte Verlieris Der gefühlte Sieg ließ sich steigern Geschickt leitete Chris die vorher abgesprochene Mitleidsnummer am Ende der Veranstaltung ein Wir wären heute schon viel weiter, wenn uns nicht ständig die Forschungsmöglichkeiten kaputt gemacht würden Die, die sich als selbsternannte Kriegis des Guten aufspielen, sind in Wirklichkeit diejenigen, die verhindern, dass sich die Sache weiterentwickelt Das sind Maschinenstürmis, die dem Wohl der Menschen im Wege stehen Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschenleben gerade der wichtigen Leistungsträgis wir nicht verloren hätten, wenn wir schon heute weiter wären Applaus brandete auf und die Ministeriumsbeamte setzte ein drauf Unser Land darf aber nicht den Anschluss an weltweite Entwicklungen verlieren Das alles ist so irrational und unfassbar, dass es mir die Augen verdreht Da hat sich ein Sumpf Autonomies gebildet, die unsere Arbeit massiv bekämpfen Die Politklaunerien selbsternannter Aktivistis sind unter aller Kritik Ein Affentheater, das, und auch das muss hier einmal gesagt werden Viele Mitarbeitis von Institutionen als psychische Bedrohung empfinden Wieder Beifall Geschickt übernahm Karin und spielte den Ball zu denen, die das Protestspektrum darstellen sollten Das ist ein guter Hinweis, wandte sie sich ihnen zu Wie stehen Sie zu solchen Aktionen, bei denen Sachen zerstört, Forschungsfreiheit behindert und Menschen gefährdet werden? Die beiden Angesprochenen sahen sich an Einie zuckte mit den Achseln, beide schwiegen Karin musste nachlegen Sie werden ja mitunter auch unter Verdacht gestellt, solche tätig zu unterstützen Dazu wäre vielleicht mal eine Erklärung sinnvoll Vielleicht Sie von der Kirchenstiftung zuerst? Jesus hatte ja wohl auch eher die Idee der Gewaltfreiheit im Blick Lachen im Saal, zwei klatschten spontan Gut angezettelt, flüsterte Marvin Sianirn nach Paris zu Und sah die kritischen Gruppen siegessicher in Argumentationsnot Aber die Antwort begann überraschend Naja, das wäre theologisch eher falsch Vielleicht kennen Sie die Geschichte aus der Bibel nicht, wo Jesus die Kommerzialisierung des Glaubens geißelt Das machte er nicht besonders gewaltfrei, sondern peitscht die Händler aus dem Tempel Die Riedne ließ eine elegante Pause Und Marvin schaute etwas nervös auf den Kirchenvertreti Aber die weiteren Worte beruhigten ihn Wir denken aber, dass das nur in Ausnahmefällen nötig ist Hier, also bei der Senexik, sehen wir einen gesellschaftlichen Meinungsstreit Es geht nicht um Labore in unseren Kirchen Von daher sind wir weit davon entfernt, uns in einer Situation zu wehnen Wo die Nachfolge Jesu so aussehen muss, wie er es damals für nötig erachtete Also ganz klar, das ist nicht unser Weg Haben Sie zu solchen kreisen denn Kontakte und können Einfluss nehmen? Ich denke nicht Wir setzen auf Dialog und die Kraft des Wortes Ich kann Ihnen aber zusichern, dass ich Einfluss nehmen würde, wenn ich ihn hätte Denn ich sehe schon, dass diese übermotivierten Angriffe unserer Sache schaden Wir haben hier nicht nur einen Ruf zu verlieren Sondern auch die hochwertigen Ergebnisse einer langen Zeit des Dialogs und des öffentlichen Wirkens Karin war zufrieden und spielte den Ball weiter Die nächste Aussage war noch deutlicher Wir Violetten distanzieren uns von Zerstörung aller Art Das ist nicht das geeignete Mittel Wir brauchen politische Lösungen Zerstörungen können nur Skepsis bei den Bürgis bringen Die fehlende Forschung könnte zudem auf uns selbst zurückschlagen, weil neue Erkenntnisse fehlen Karin freute sich Das ist eine klare Aussage Aber ich frage Sie trotzdem auch noch Haben Sie Kontakte zu solchen Kriminellen und könnten Einfluss nehmen? Nein, ich kenne nie Mensch, jedenfalls keine Person, von der ich das wüsste, dass sie in solche Kreise gehört Das passt nicht zu unserer Arbeit Wir wollen in Berlin-Brandenburg ein breites Bündnis formieren Und das werden wir nur schaffen, wenn wir uns von solchen Maßnahmen distanzieren Haben Sie gar kein Verständnis? Ihre Partei war doch selbst schon mal näher dran an Gruppen, die solche Aktionen machen Nein, das stimmt nicht Der zivile Ungehorsam, den einzelne von uns befürworten, war immer weit entfernt von diesen Taten, über die wir hier reden Ich will aber vielleicht auch noch Folgendes sagen, damit es nicht so einseitig rüberkommt Angesichts mancher Sprachlosigkeit in der Politik, habe ich auch Verständnis dafür, was solche Baustellen Zerstörigs antreibt Ich glaube nicht, dass es hilfreich ist, sie zu diffamieren Im Kampf gegen Windmühlen ist es durchaus menschlich, dass Mensch hier und da zu Verzweiflungstaten greift Aber unsere Form ist das nicht Unser Protest ist und bleibt politisch Verbesserte Stimmung Na, das war doch eine gelungene Sache, klopfte Marvin Karin auf die Schulter, als er einen Tag später wieder im Büro eintraf Gut moderiert, gut ausgewählte Figuren, die als Gegners leicht zu nehmen sind, einfach eine rundum gute Sache Siehste, meinte Karin, wir müssen einfach das Spiel offensiver angehen Die Berichte in den Medien sind ja auch alle ganz brauchbar Der Tag ging an uns Ja, und dass ich eben die Zusage einer weiteren Förderung aus dem Sozialverträglichkeitsbegleitprogramm bekommen habe, passt dann doch wunderbar dazu Oh, das ist schon durch? Das ist wirklich eine schöne Sache, lass mal sehen Karin rief den Bewilligungsbescheid auf den Bildschirm und Marvin las sich den Text schnell durch Hihi, das ist die dritte Förderung der gleichen Stelle, perfekt Die Kohle bleibt fast komplett übrig für alles, was wir sonst nicht finanzieren können Oder für uns, schaute Karin ihren Chef an Wäre eigentlich auch mal was, wenn uns von all dem was bleibt Du hast doch schon zwei Gehälter Wie meinst denn das? Naja, hier kriegst du immer noch das volle Gehalt wie früher und zusätzlich das dozentige Gehalt der Uni Das ist nur eine halbe Stelle Na gut, dann anderthalb Gehälter Wir sollten in der Strategierunde trotzdem mal drüber reden Vielleicht ist das Geld auch für unsere Praktikumsstellen gut angelegt Wenn wir da deutlich über dem Durchschnitt bezahlen, können wir uns die allerbesten aussuchen Ja, wäre eine Idee Es gibt auch ein gutes Image, wenn du zeigst, dass gute Arbeit auch gut bezahlt wird Daran lassen sich Topfirmenadressen erkennen Ja, und wir sind sicherer, dass nicht irgendwann einmal falsche 50er bei uns landen Na, hoffen wir es, sonst wäre es doppelt blöd Wir zahlen mehr Geld und haben den Schaden Bisher scheint es ja gut gegangen zu sein Weiß man's? Wir kennen deren Strategien leider immer noch nicht Marvins Juppet zwitscherte Ein Gesprächswunsch der Anwaltskanzlei Karin lauschte im Gespräch Ja, Schaluppe? Aha Ja, das wäre gut, wenn da was gelingen könnte Nein, nein, für unsere Arbeit werden wir auch bezahlen Was meinen Sie? Das geht? Sind Sie sicher, dass die das nicht selbst prüfen? Naja, wenn Sie das für machbar halten, werde ich Sie nicht aufhalten Ich bin ja froh drum Ja, machen Sie das Ja, ja, das ist schon okay Gut, wir halten still Ich drücke Ihnen die Daumen Und uns, dass das nicht herauskommt Ja, viel Glück und auf Wiedersehen Mit dem Gesang der Goldammer beendete das Juppet die Verbindung Karin sah erwartungsvoll auf Marvin Eine komische Sache ist diese Justiz schon Aber egal, könnte nützlich für uns sein Was haben die vor? Irgendwie ziemlich simpel Die sagen dem Gericht einfach, dass der Film unverändert gezeigt wird Aber stimmt ja gar nicht Wie soll das klappen? Die überprüfen das nicht Sondern beschließen die Strafzahlung auf Antrag der Betroffenen Also uns Wie soll das gehen? Das lässt sich doch zu einfach nachweisen Die haben mit der Kammer wohl schon gesprochen Die gucken nicht Die beschließen das und gut Karin schaute etwas ungläubig Einem geschenkten Urteil schaut man Keine Ahnung, wieso das so einfach geht Zuckte Marvin mit den Achseln Nazi-Vergleich geht immer Die Stimmung war schlecht in der Strategierunde Das Verbotsverfahren gegen den Film war in zweiter Instanz verloren gegangen Komplett Nun lief die erste Fassung wieder Und die Filmmachis kündigten gleich noch eine Aktualisierung mit neuen Rechercheergebnissen an Auf dem Touchtable im Besprechungsraum erschienen etliche Veröffentlichungen, die den Sieg abfeierten Die Senexics-Gegnis legten es als Triumph aus Dass die Vorwürfe von Betrügereien, sozial-rassistischen Zielen und reiner Profitgier nun gerichtlich bestätigt worden seien Auch die Sache mit der Strafzahlung für das vermeintlich weitere Veröffentlichung der alten Fassung war vom Tisch Viel zu sagen war da nicht mehr und Marvin wechselte frustriert das Thema Was ist mit der Nazi-Vergleichskampagne, die wir bei Förrgib besprochen haben? Ich habe das ständig beobachtet, antwortete Ajit und steckte das U-Pad in den Verbindungsschacht Zwei, drei Fingerbewegungen später öffneten sich einige Texte Also, das erste, was ich fand, war gleich in den Medien Genauer, in der hessisch-thüringischen Allgemeinen Zeitung Die haben sich in einem Kommentar positiv auf den US-Wissenschaftler Gary Miller bezogen Der die Kritik einer Senexics-Forschung mit dem Feldzug der Nationalsozialisten gegen entartete Kunst verglich Die HTHZ wörtlich... Moment... Ah, hier Miller zieht Parallelen zur entarteten Kunst des Nationalsozialismus, der damals avantgardistische Künstler vertrieb Der Vergleich ist nicht abwegig Na schick, sogar von der Zeitung selbst positiv kommentiert Obwohl es ein ziemlich gewagter Vergleich ist Wenn du das schon gewagt findest, dann mal sehen, was du von den anderen Sachen hältst Kommt das noch heftiger? Ich denke schon Ajit wischte den Text vom Bildschirm, so das neue erschien Die Leipziger Universitätspräsidentin hat zum Beispiel eine Person, die bei der Baustellenbesetzung dabei war Und nun wohl noch irgendwas an der Uni gemacht hat, mit nationalsozialistischen Bücherverbrennys verglichen Ajit schaute in die Runde Kein Kommentar folgte Er rief weitere Texte auf und berichtete Auf einem Pressegespräch Nutzung der Senexix ist ethisch geboten Der Fördergemeinschaft Innovative Pharmaforschung behauptete unsere Schweizer Kollege B. Mann Mit Senexix-Kritikis wäre Reden nicht möglich Sie hätten generell kein Fachwissen und würden nur ideologische Positionen vertreten Er könnte das nur eine ökofaschistische Grundhaltung nennen und fühle sich, da häufig attackiert und denunziert, als Genjude Na das ist schon harter Tobak. Hoffentlich ist das nicht zu überzogen. Dann könnte es auch wieder peinlich werden Jetzt war es Ajit, der schwieg und Karin nur ratlos anschaute. Es war sein Job, solche Dinge zusammenzutragen, nicht zu bewerten Einige Tagesordnungspunkte später war die Besprechung beendet und Marvin schaute an seinem Arbeitsplatz die neuesten Mitteilungen durch Der hannoversche Kollege Dallmeier hatte ihm die Reaktion auf einen öffentlich verbreiteten Brief in Kopie geschickt Nach einem kurzen Gruß und den einleitenden Worten Ich hab echt keine Lust mehr auf diese Ignorantis Hab den Absendis jetzt mal den angehängten Text geschickt Las er Durch was, wenn nicht durch ein ideologisch verengtes Bestreben, etwas Gutes tun zu wollen, ist Ihr Verein eigentlich demokratisch legitimiert? Fakten interessieren Sie offenbar nicht Menschen leben sowieso nicht Es scheint ein Bodensatz in unserer Gesellschaft zu geben, der Faktenresistenz für eine Tugend hält Glauben Sie aber bitte nicht, dass wir derartige Abhandlungen wichtig nehmen Aber um Ihnen das klar zu antworten Selbstverständlich werden wir Ihrer bizarr anmutenden Aufforderung nicht nachkommen Und die zukunftsträchtige Senexik-Forschung einstellen Stattdessen empfehlen wir Ihnen aber, mal passende Online-Dienste für Chats über Unsinnigkeiten aufzusuchen Dann können Sie noch ganz viele drollige Briefe schreiben Mit freundlichen Grüßen, GK Dallmeier Volltreffer Es war der Tag nach der Tatortaufnahme Fast alle waren erst spät zum Dienst erschienen Bis spät in die Nacht hatten sie Spuren analysiert Vor allem aber erstmal gesucht Denn das Bild vor Ort beeindruckte selbst die erfahrenen Kriminalbeamtis Fast alle Teile des schon weitgehenden fertiggestellten Laborgebäudes in Leipzig waren betroffen Jetzt, nach der Aktion, stand nur noch der Rohbau in Form aller Mauern zwischen Decken und Treppen Alle Fenster und Türen waren ausgebaut und sorgsam auf die umliegenden Flächen aufgestapelt worden Verheerend wirkte das Ergebnis bei den Leitungstrassen Kabel, Wasserrohre, Schalter und Verteilerkästen waren von den Unbekannten abmontiert, auseinandergeschraubt oder in kleine Stücke zersägt und ebenfalls auf dem Außengelände sorgsam getrennt aufgehäuft Fast schien es, als wäre gerade das Material angeliefert worden zwecks Einbau Aber nun stammte es aus dem Bau Ohne große Zerstörungsspuren am Gebäude wurde alles entfernt, soweit nötig in transportfähige Längen geschnitten und ordentlich aufgestapelt Senexik, nicht benötigt, bitte führen Sie dieses Material einer sinnvollen Verwendung zu War mehrfach als Schild zwischen den Haufen aufgestellt worden Doch Spuren fanden die Ermittlers nirgends Nicht einmal die Schilder gaben etwas her, denn alles war aus Materialien gefertigt worden, die vor Ort zu finden waren Kein genutztes Werkzeug blieb liegen, nirgendwo ein verlorenes Kleidungsstück oder sonstiges Utensil Krasse Sache, raunte Nermin in die Soko-Runde, als diese nach dem langen Arbeitstag am Tatort wieder das geräumige Berliner Büro bezogen hatte Sigi schüttelte nur den Kopf Sein Zeigefinger berührte fast im Sekundentakt den Glidepoint auf dem Touchscreen Fotos voller Zerstörung huschten vorbei Elektroteile gestapelt, Fenster fein säuberlich ausgebaut, daneben die Türen Selbst die Zäune wurden abgebaut und eingerollt Wie kaltschneuzig ist das denn? Die haben sich richtig Zeit gelassen! Nur Milana beachtete die Worte Alle hatten sich schon an die Hiobsbotschaften gewöhnt Naja, wenn ich weiß, dass ich alle Kommunikationskanäle ausgeschaltet habe, kann ich auch ruhig arbeiten Ob Soko, Lobbygruppen oder die Firmen, die es eigentlich zu schützen galt, die anfängliche Euphorie war einem riesigen Jammertal gewichen Habt ihr sowas schon mal erlebt? Keine Antwort Die wollen demütigen Jose vom Spurensicherungs- und Außenteam meldete sich per Juppet Wir haben alle Anwohnis auf den Zufahrtsstraßen befragt Niemand hat irgendetwas bemerkt Gibt es noch andere Zuwegungen als die Straße? fragte Nermin zurück Keine offiziellen, aber natürlich können die einfach über irgendwelche Grundstücke herangeschlichen sein Könnt ihr das überprüfen? Wird schwierig, in so Gärten sind alle möglichen Spuren Wir wissen ja nicht, nach wem wir suchen Aber die Besetzis von damals kletterten nicht über Zäune und Mauern aufs Institutsgelände Das stimmt, aber da wart ihr doch noch dabei, als wir das überprüft haben Nermin wusste nichts weiter zu sagen Was macht ihr weiter? Wir werden noch die weitere Umgebung absuchen Vielleicht gibt es ja Zufallstreffer Aber es muss doch möglich sein herauszufinden, wie und wo die auf das Gelände gekommen sind Tja, dachte ich auch, aber bislang ist nichts Die können doch nicht das Beam erfunden haben Nermin, das bringt nichts Lass uns einfach weiter suchen Vielleicht finden wir noch was Hat eure UPAD-Auswertung schon was ergeben? Ja, ist durch, aber kein Treffer War zu erwarten, wer so professionell agiert, schaltet nicht sein UPAD während der Aktion ein Wer weiß Irgendwann Niemensch ist ganz perfekt Also, macht weiter Wenn ihr was Spannendes findet, meldet euch Wir lesen jetzt erstmal die Daten in unsere Auswertungssysteme ein Nermin stand auf und warf den anderen einen hilflos wirkenden Blick zu Wer kennt diese Leute eigentlich gut, deren Labor da zerstört wurde? Fragte Sigi Na wenn, dann du selbst Kommst doch aus Leipzig Ja, aber das dort ist doch ein Fake-Büro Ganz doof sind wir ja auch nicht und kriegen das nicht mit Ich meine deshalb die hier in Berlin Also Bio-Geronto Ja Naja, wir haben sie schon ein paar Mal gesehen Und auch kurz mit denen gesprochen Aber mehr nicht Warum? Wenn es gar keine Spuren gibt, müssen wir alle Möglichkeiten durchgehen Dazu gehört auch die Frage, ob es Motive geben könnte, dass Leute ihre Sachen selbst zerstören Steile These, mischte sich der BKA-Mann ein Aber nicht undenkbar Was könnte die dazu bringen? Wir hatten das schon mal als Idee Zum Beispiel, dass es vielleicht gar nicht so gut läuft, wie immer behauptet Und die wollen das kaschieren Interessantes Denkmodell Ich finde die These absurd, konterte Melana Bloß weil wir keine Spuren finden, sollen das die Laborbetreibers selbst sein? Wo ist denn da die Logik? Die hätten schließlich auch Spuren hinterlassen Naja, aber sie haben einiges einfacher Sie kennen sich aus, können alles tagsüber unverdächtig vorbereiten Und haben auch nachts, neben der genauen Ortskenntnis, die Schlüssel zum angrenzenden Hauptgebäude Kommt man von da aus in die Baustelle? Ich war nicht an der Stelle Das wäre aber noch eine Option Ich werde José bitten, das mal zu prüfen Melana ging zu ihrem Schreibtisch zurück Ich glaube das nicht, mischte sich stattdessen Nermin ein und erntete fragende Blicke Die Aktionen wirken perfekt ausgeführt Wo sollten die Bio-Geronto-Leute das Know-How dafür herhaben? Vielleicht sollten wir deren Biografien mal checken, was die so früher gemacht haben? Außerdem können die auch andere beauftragt und dann mit ihren Schlüsseln und ihrer Ortskenntnis unterstützt haben Du meinst, so ein richtiger Auftrag? Zerstöre mein Labor gegen Honorar? Können wir irgendwas ausschließen? Die Runde schwieg und machte sich, an ihren verschiedenen Aufgaben zu schaffen Melana und Sigi verließen das Präsidium und fuhren mit einem E-Taxi Richtung Bio-Geronto Um die dortigen Mitarbeitis nochmal zu vernehmen In Leipzig durchkämpften José und Siantim nun das Institutsgebäude neben der zerstörten Baustelle Einen direkten Übergang zum neuen Trakt gab es noch nicht Die Fläche zwischen den Gebäuden war aber bereits betoniert An den Seiten befanden sich Verankerungen, die offenbar für spätere Stützpfosten gedacht waren Aus den Bauplänen wussten sie, dass dieser Bereich zwischen den beiden Gebäuden später mindestens überdacht oder sogar eingehaust werden sollte Die Spurensicherichs untersuchten die dortige Ausgangstür am Institutsgebäude, fanden aber keine Hinweise auf Gewaltanwendung Durch die Luft zeigte Jemensch Richtung Fensterreihe im ersten Stock José drehte sich um und sah an der Giebelwand des Neubaus ebenfalls ein Fenster Sie erschritt die Distanz ab Sechs Meter Das wäre per Seil kein Problem Ginge vielleicht sogar mit einem Brett Beides müsste Spuren hinterlassen Auflagepunkte oder Befestigung Die Mitarbeitis verschwanden in beiden Gebäuden und tasteten mit ihren Sensoren Wände und Fensterrahmen ab Sie fanden nichts Warum stellen Sie all diese Fragen? nutzte Marvin eine kleine Pause in dem Gespräch Was stört Sie? entgegnete Sigi in freundlichen Tonfall Das klingt alles eher nach einem Verhör, so, naja, als hätten Sie mich im Verdacht Das ist unser Job, versicherte Melana Wir brauchen einfach alle Informationen Es wäre nicht professionell, wenn wir irgendwelche Varianten von vornherein ausschließen würden Aber es wäre doch völlig absurd, das eigene Labor zu zerstören Oder zu lassen Wie? Naja, das müssen Sie ja nicht selbst tun Wie? Sie meinen, wir könnten jemanden beauftragt haben? Nein, ich meine das nicht Sondern ich schließe zum jetzigen Zeitpunkt nur einfach nichts aus Marvin fühlte sich zunehmend unwohl in seiner Haut Ich verstehe immer noch nicht, wie Sie darauf kommen Wir organisieren hier den Aufbau einer ganzen Forschungsrichtung bringen eigene und viele Fördermittel ein Und sollen dann... Es ist doch unsere Zukunft, die beiden neuen Laborstandorte endlich fertig zu bekommen Diese ganzen Proteste haben uns schon viel Zeit und Geld gekostet Herr Schaluppe, ich habe doch gar nicht gesagt, dass irgendwer Sie verdächtigt Es ist nun einmal unsere Pflicht, alle Möglichkeiten zu prüfen Mit Ihren Angaben helfen Sie uns, das eine oder andere auszuschließen Und damit vielleicht auch anderes zu verdichten Ich denke doch, dass es auch und gerade in Ihrem Interesse ist, dass wir die Tätis Dingfest machen Es wäre doch fatal, wenn wir dabei irgendetwas fahrlässig übersehen würden, oder nicht? Marvin sah die Aussichtslosigkeit jeder Gegenwehr Er hatte keinerlei Beweis für seine These, dass die Tätis unter den Senexics Kritikisten gesucht werden müssten Und er sah, dass die Polizei genauso im Dunkeln tappte wie er Zumindest tat sie so Können Sie mit uns über Ihre Mitarbeitis sprechen? Er nickte und bat nur darum, für das weitere Gespräch die Firmenräume zu verlassen Im Besprechungsraum der Kantine eröffnete dann Marvin das weitere Gespräch Haben Sie schon mal überlegt, ob die Bewachis oder irgendwelche anderen, die an den zerstörten Projekten beteiligt sind, mit der Sache etwas zu tun haben könnten? Nein? Wundert sie sich nun Melana, warum Marvin eine solche Überlegung selbst ansprach? Wie kommen Sie da drauf? Nun, mir bleibt natürlich nicht verborgen, was Sie alles als möglich ansehen Auch ich denke natürlich über all die Abläufe nach Es ist ja schon sehr bemerkenswert, was da passiert Die Überlegung, dass die Bewachis selbst tätig wurden, oder zumindest mithelfen, würde immerhin erklären, warum es keine Spuren gibt und alle Sicherungen ausfielen Nämlich ganz einfach, es gibt keine Spuren, weil gar keine Tätis gekommen sind Die waren schon da Hm, eine etwas abgefahrene Idee, aber möglich Was denken Sie, könnten die davon haben? Marvin zuckte mit den Achseln Neid? Wie? Neid? Die sind schlecht bezahlt Und bewachen ein Labor, wo Technik entwickelt werden soll, die nach der Propaganda dieser Extremistis nur den Reichen dient Sie sehen das anders? Die haben doch keine Nachteile davon Sigi mischte sich ein Das ist nicht gerade ein Dementi Marvin schwieg Haben Sie schon Äußerungen der Bewachis gehört, die in eine solche Richtung gehen? Also Sozialneid, vielleicht sogar Hass auf das, was Sie dort bewachen? Nein, aber wir haben auch wenig Kontakt mit denen Mensch grüßt sich, vielleicht mal ein Smalltalk Der Auftrag für die Bewachung geht um drei Ecken Was heißt das? Wir sind nicht Auftraggeber, sondern die Grundstückseigentümer Von denen geht der Auftrag an die Wachschutzfirma und dann erst an die Leute, die da draußen herumstehen müssen Wissen Sie, wie viel Lohn die erhalten? Nein Ist aber wohl nicht viel, wie mir erzählt wurde Da kann schon Sozialneid entstehen, oder? Sagte ich ja Aber das ist nicht meine Verantwortung Können Sie kurz hier auf uns warten? Ja, natürlich Wie lange? Nur für ein paar Minuten Milana und Sigi verließen den Raum Milana zückte das Juppet Hallo Nermin Ja, was gibt's? Sorgt mal dafür, dass die Wachschützis, die in der Nacht Dienst hatten an der Baustelle, nach Berlin gebracht werden zum Verhör Warum? Erzähl ich später Das ist eine polizeiliche Vernehmung als Zeugie Das reicht erstmal und ist unverdächtig Aber vielleicht sind die doch wichtiger in der Sache, als wir so denken Okay, ich veranlasse das Wie lange braucht ihr noch? Das wird noch dauern, keine Ahnung Wollt ihr wieder die Nacht durchmachen, oder soll ich die erst für morgen früh bestellen? Milana dachte nach Hast recht, reicht auch morgen früh Aber dann möglichst frühzeitig Um 10 Uhr müssten die von Leipzig doch ankommen können, oder? Ich schau mal nach und lege dann die passende Zeit fest Sehr gut, danke Wir machen dann hier weiter und sehen uns spätestens morgen Bist du da? Ja? Okay, dann bis dann Die beiden besprachen ein paar Details zum weiteren Vorgehen und kehrten zu Marvin zurück Der hatte sich die Zwischenzeit mit den vielen Berichten vertrieben, die auf dem Touchtable über die Baustellenzerstörung in Leipzig schon erschienen waren Darf ich Sie was fragen? begrüßte er nun, die er mitließ Na klar Muss ich um unsere Baustelle in Charlottenburg fürchten? Ich weiß nichts über Tätis, Motive, Hintergrund, Strukturen, Vorgehensweisen Vielleicht wissen Sie mehr als ich? Von daher kann ich Ihnen gar nichts Verlässliches sagen Sichern Sie das Gelände ab? Bislang ist mir nichts bekannt Aber wir wissen jetzt, dass die Tätis, wer auch immer das ist, über die Fähigkeiten verfügen, die bisherigen Sicherungsmaßnahmen zu überwinden Das ist natürlich besorgniserregend Ich denke, dass wir in den nächsten Tagen auch darüber nachdenken sollten Die Dichte an Polizeikontrollen vor Ort ist schon erhöht worden Würden die eine solche Aktion denn überhaupt mitbekommen? Auf dem Gelände sind nur die Bewachis Das ist Sache der Einsatzpolizei Wir können da noch einmal eine Abstimmung herbeiführen, damit die alle neuen Ermittlungsergebnisse haben Melana kramte in ihrer Tasche Sie sollten am besten auch selbst dort anrufen Ein direkter Draht von Hausverwaltung und Polizei ist immer gut Ja, wenn es der Sicherung der Baustelle nützt, mache ich das gerne Hier, das ist die Durchwahl der Einsatzleitung Beziehen Sie sich auf mich und sprechen Sie alles direkt ab, damit die Maßnahmen von Polizei und Wachfirma besser abgestimmt werden können Danke Es könnte ja jede Nacht hier auch passieren Kann schon, aber ich glaube das nicht Solch eine Attacke wie in Leipzig ist sehr, sehr ungewöhnlich Genauer, ich habe noch nie etwas Vergleichbares erlebt Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer so etwas innerhalb weniger Tage gleich zweimal hinkriegt Und wenn doch? Melana schwieg eine Weile Wir sind keine Prophetis, antwortete stattdessen Sigi Lassen Sie uns über Ihre Mitarbeitis reden, schlug Melana nun vor Uns interessiert Ihr Verhältnis zu Ihnen Wie die sich über die Senexik und die Kritik daran äußern Und was sie vorher gemacht haben, das interessiert uns auch Marvin war nicht sehr gesprächig Es war ihm unangenehm, über die eigenen Angestellten so viele Informationen herauszurücken Deutlich spürte er sich in die Ecke eines möglichen Verdächtigen gedrängt Nur stotternd erwähnte er die aktivistische Vergangenheit von Karin Es war unübersehbar, dass Melana und Sigi bei solchen Schilderungen genauer nachfragten und viele Notizen machten Die Sache mit der Karin Thiele ist schon ein bisschen interessant, resümierte Sigi dann auf dem Weg vom Firmengebäude zum Abfahrpunkt der E-Taxis Der Schalupper hat das selbst schnell gemerkt Schwer zu erkennen, ob er die Andeutung, dass sich die Thiele besonders engagiert um Geldquellen bemüht, nur als Schutzbehauptung hinzugefügt hat Fiel jedenfalls auf, dass ihm das wichtig war zu erwähnen Die beiden gingen eine Weile schweigend weiter Für ihre E-Taxis hatten sie unterschiedliche Ziele Bis morgen Schönen Abend dir Ich finde die Überlegungen des Herrn Schaluppe ziemlich interessant, reflektierte der BK-Alar, nachdem er die Berichte von Melana und Sigi gehört hatte Das ergibt jedenfalls in alle Richtungen Sinn Außer hinsichtlich der strategischen Perfektion Und das Motiv ist auch nicht besonders stark Sitzen Sie da mal Tag für Tag oder sogar Nacht für Nacht für einen Hungerlohn Sie sehen Menschen, die für Sie nichts anderes sind als eben die Reichen, an sich vorbeiziehen in die warmen Büros des schon fertigen Gebäudes Sie sprechen mit Ihresgleichen Vielleicht gab es sogar die eine oder andere abschätzige Bemerkung der Privilegierten zu denen, die die zukünftigen Produktionsstätten bewachen, ohne später etwas davon zu haben Jeder Tag Ihres Dienstes steigert in Ihnen den Ärger Irgendwann wird es Hass Dann kommt die Idee Sie teilen die zuerst im wütenden Scherz ihren Kollegis mit Die springen drauf an Warum sollte das nicht reichen? Eine Beamte kam in den Raum Die Zeugis kommen gleich Wer? Na, die Bewachis Achso, klar Müssen wir die jetzt eigentlich als Schuldige belehren? Fragte Sigi Lieber nicht Die sind Zeugis und mehr auch erstmal nicht Wenn wir denen sagen, dass wir ihnen die Tat auch zutrauen Können die die Aussage verweigern oder werden zumindest vorsichtiger Na gut, ist mir recht Wer kommt mit rüber? Nermin, Sigi und der Mensch vom Bundeskriminalamt gingen in den Vernehmungsraum Wo bereits eini der Wachschützis saß Guten Tag Alle schüttelten dem Gast höflich die Hand Dann eröffnete Nermin in freundlichem Ton das Gespräch Zunächst wurden die Personalien überprüft Sie waren in der fraglichen Nacht vor Ort? Ja Erzählen Sie doch einfach aus Ihrer Sicht, wie das alles ablief Naja, da waren plötzlich so einige Gestalten Nein, Entschuldigung, fangen Sie früher an Wann haben Sie Ihren Dienst begonnen? Verlief alles reibungslos? Wer war noch da und wo postierten Sie sich? Beschreiben Sie die ganze Situation Und erst dann, was plötzlich geschah Ja, gut Das kann ich auch gerne Also ich habe gemeinsam mit Herrn Sattler und Herrn Blegel Um 18 Uhr den Wachdienst an der Baustelle von diesem Labor da übernommen Die Wachablösung verlief reibungslos Herr Sattler war für die ganze Nacht als Wache im Wachhaus eingeteilt Das Wachhaus befindet sich am Zugang zur Baustelle Also seitlich vom schon stehenden Institutsgebäude Herr Blegel patrouillierte ständig um das Gebäude Um welches? Achso, die Baustelle meine ich Nur manchmal geht er auch um das schon fertige Institutsgebäude herum Das macht der ständig? Nein, dazwischen sitzt oder steht der am zukünftigen Eingang Der liegt ja Richtung Institutsgebäude Wo später wohl ein Glasübergang gebaut werden soll Der ist aber noch nicht da, nur der Boden Da hatte sich ein Stuhl hingestellt Gut, und Sie? Ich wurde eingesetzt im Gebäude Und musste im ganzen Baustellenkomplexstreife laufen Kommen Sie da überall hin? Inzwischen ja Die Treppen sind ja alle schon fertig Jedenfalls als Rohbau Das reicht ja, um auf ihn hoch zu gehen Wie läuft Ihre Runde ab? Wollte ich gerade erzählen Also das geht wie folgt Ich melde mich am Wachhaus bei Herrn Sattler ab Habe meine Taschenlampe, ein U-Pad und ein Funkgerät bei mir Ich beginne dann meinen Weg vom Wachhaus aus gesehen nach rechts Dort ist ein Nebeneingang Da gehe ich hinein und gehe durch alle Räume im ersten Stock Dann gehe ich einen Stock höher und so weiter In jedem Stock bin ich für circa 10 Minuten unterwegs Ich gehe dann auf das Dach, wo von innen ein Aufgang ist Dort schaue ich immer eine Weile in die Umgebung Wir haben ja Scheinwerfer von da oben auf die umgebenden Flächen In alle Richtungen Gibt es noch irgendwelche technischen Sicherungen? Ja, es befinden sich Bewegungsmelder rund um die Baustelle Also dort, wo die Strahler hinleuchten Können Sie das skizzieren? Bitte was? Ich meine, ob Sie eine Skizze anfertigen können Wo Sie die wichtigen Gebäude, Wege und ihren Rundgang eintragen Ja, ähm, natürlich Nermin schob Zettel und Stift zum Zeugen Der rechtzügig die Grundrisse aufs Papier brachte Können Sie auch die Bewegungsmelder noch einzeichnen? Die Erwachschützi machte ein paar Kreuze Gut, danke Und wie ging es jetzt weiter? Es war erstmal eine ruhige Nacht Ich habe meine Streifen ohne Vorkommnisse bis zu dem Tatzeitpunkt durchgeführt So wie immer halt Da draußen passiert nicht viel Aber dann, ich glaube, es war mein dritter Streifengang Wurde ich von vermummten Personen angegriffen Wo war das? Hier Der Wachmann malte ein großes Kreuz auf die Skizze vor sich Und umkreiste es zusätzlich Ich stand erst noch vor dem Nebeneingang, wo ich meinen Gang beginne Da ist es recht dunkel Wie überhaupt rund um das Gebäude direkt an der Wand Weil die Scheinwerfer ja von der Dachkante nach unten strahlen Da sind einige Stellen dicht am Gebäude schlechter ausgeleuchtet Wie können die Personen unerkannt dort hingekommen sein? Weiß ich nicht Aber es gibt da bestimmt dunkle Ecken Der Herr Sattler schaut vom Wachhaus ins Licht Da sieht er auch nicht immer alles Aber das ist nur eine Vermutung Ich kann es mir anders nicht erklären Wie ging es weiter? Ich hörte Geräusche aus dem Inneren des Gebäudes Aber dachte mir nichts weiter, sondern ging durch die Tür Ich habe auch noch einmal zu beiden Seiten geschaut Bevor ich hineinging und habe nichts Verdächtiges oder Bewegungen gesehen Ich muss dazu sagen, dass diese Baustelle ja hinter dem Institutsgebäude Und somit ziemlich abseits liegt Da ist nachts kaum was los An jener Stelle, wo ich auf der Skizze eben das Kreuz gesetzt habe Habe ich aber ein Geräusch gehört Ich hatte angenommen, dass vielleicht ihr Kollegi Der eigentlich ums Haus gehen soll, da drin war Ich bin dann hineingegangen Zu dieser Zeit muss es gegen ein Uhr gewesen sein Ich bin durch die Tür Aber da war nichts Wie können Sie da im Dunkeln gucken? Gibt es schon Licht? Nein, ich habe eine starke Taschenlampe dabei Das genügt Aber Sie sahen erstmal nichts Keine Menschen, keine Spuren? Nein, jedenfalls habe ich nichts bemerkt Und dann? Bin ich wie immer in die Räume gegangen Wollte ich jedenfalls Aber als ich in den ersten Raum schaute Kamen vier bis sechs Personen von hinten Sie schubsen mich in den Raum Was heißt schubsen? Naja, es war eher ein Schieben Sie waren ja viel mehr als ich Ich glaube, dass zwei oder drei mich einfach hineindrückten Die anderen kamen dann wohl nach Sie waren alle schwarz gekleidet und vermummt Ich habe bei einigen Personen Es könnten drei Personen gewesen sein Knüppel oder ähnliches in der Hand gesehen Welche sie auch drohend erhoben hatten Eine Person sprach mich an Knie dich auf den Boden, dann passiert nichts Aufgrund der Überzahl und der Bewaffnung Habe ich den Anweisungen Folge geleistet Eine andere Person verlangte von mir Dass ich mein U-Pad, das Funkgerät und die Taschenlampe aushändige Was ich dann auch tat Ja, und dann passierte eigentlich längere Zeit nichts mehr Ich blieb in dem Raum und konnte nur hören Dass um mich herum ganz viel passierte Aber ich konnte nichts sehen War der Raum zu? Ja, er hatte schon eine Tür, die wurde zugehalten Ab und zu kamen welche rein oder gingen raus Konnten Sie jemanden erkennen? Nein, ich musste mich in einer Ecke aufhalten Und eine Lampe war auf mich gerichtet Dadurch wurde ich geblendet, wenn ich in Richtung Tür schaute Meine Bewachis blieben immer hinter der Lampe Haben Sie mit den Leuten geredet? Ja, einige Male, Sie boten mir etwas zu trinken an Aha, schaute Nermin den Wachschützi an und witterte eine Chance Was haben Sie bekommen und wo drin? Es war Kaffee, aus einer Tasse Haben Sie die noch? Ja, ich habe die behalten Es war eine von unseren Nermin schaute enttäuscht zu Sigi Der verzog den Mund und hob die Schultern Das Signal war klar Entweder agierte hier eine beeindruckend planvolle Gruppe Oder die ganzen Geschichten stimmten hinten und vorne nicht Wie ging es dann weiter? Ich habe da sehr lange gesessen Wie lange? Ich weiß es nicht Haben Sie auf eine Uhr geguckt? Ich habe nur mein Juppet Und das hatten Sie mir weggenommen Was schätzen Sie, wie lange es dauerte? Ich weiß es nicht Es war lange, bestimmt Stunden Gut Und es passierte sonst nichts? Nein Bis alles wohl zu Ende ging Wurde Ihnen das Ende mitgeteilt? Nein, ich wusste das nicht Ich weiß es nur jetzt, dass das dann der Abschluss war Was geschah? Es war erst Lärm an der Tür Einige Zeit Wie ich später sehen konnte, müssen die die wohl ausgebaut haben Das gleiche mit dem Fenster Aber die blieben immer hinter der Lampe Als wieder Ruhe eintrat, wurde ich aufgefordert, aufzustehen Und in Richtung des Wachhäuschens vor dem Gebäude zu laufen Auch das tat ich dann Dort waren meine Kollegis schon Wir wurden im Wachhaus eingesperrt Ich nahm dann sofort ein Juppet Welches Versteck dort noch lag Und versuchte, in der Zentrale anzurufen Das ging aber zunächst nicht Wieso nicht? Ich weiß es nicht Das Gerät wollte einfach nicht Kommt das häufiger vor? Eigentlich nicht Es ist mir jedenfalls nie aufgefallen Was machten sie dann? Nach einigen Minuten sah ich, dass es wieder Empfang gab Dann rief ich wieder an Und es klappte Ich erhielt meine Anweisung Und nur wenige Minuten später war auch schon die Polizei vor Ort Ich habe später gehört, dass sie gerade in unsere Richtung unterwegs waren Weil sie die Baustelle in der Nacht mehrmals zu unterschiedlichen Zeiten anfahren Sie haben uns dann aus dem Wachhaus befreit Draußen erhielt ich erneut einen Anruf von der Zentrale Und wir wurden gefragt, ob es uns gut geht Was ich mit einem Ja beantwortet habe Wir haben keine Verletzungen davon getragen Ich muss aber sagen, dass ich richtig weiche Knie hatte Und auch mein Puls auf 180 war Ich brauchte einige Zeit, bis ich mich beruhigt hatte Ich hatte noch nie zuvor so ein Erlebnis gehabt Brauchten sie eine Ärzte? Nein, ich konnte auch meinen Dienst wieder fortsetzen Ich hatte mich dann schnell so weit gefangen Wie war es mit ihren Kollegis? Ich habe die am Tag danach angerufen Und sie gefragt, ob es ihnen gut geht Sie haben beide mit einem Ja geantwortet Können sie die Personen beschreiben? Die Personen, die mich in den Raum schoben Trugen einheitlich schwarze Kleidung Sie trugen Kapuzen oder Mützen und Handschuhe Denn ich kann mich nicht erinnern, dass ich unbegleitete Hände gesehen habe Vom Gesicht her waren nur die Augenpartien zu sehen Eine Person fiel auf, weil sie einen schwarzen Schal vor dem Mund trug Und dieser hatte gelbe Punkte, Streifen oder ein gelbes Logo Genau kann ich es nicht sagen, weil alles ziemlich schnell gehen Eben wie beim Überfall Von der Größe her kann ich sagen, dass sie zwischen 160 und 180 Zentimeter groß waren Und sie waren sportlich Unterschiede in der Statur? Mir ist keine besonders kräftige Person aufgefallen Konnten sie ein Dialekt in der Stimme erkennen? Nein Können sie mir sagen, wie viele Personen im Gebäude waren und was die dort taten? Ich habe nur die drei bis fünf Personen gesehen, die mich in den Raum schoben Es sind dann immer mal wieder welche hin und her gelaufen, also durch die Tür rein und raus Was sie genau taten, konnte ich nicht sehen Da war ja die Lampe, die mich blendete Ich habe aber die ganze Zeit Geräusche gehört, wie bei Bauarbeiten Nie richtig laute, aber viele und an verschiedenen Stellen Das stimmte ja auch mit dem überein, was ich später sah Haben Sie ein Fahrzeug gesehen? Nein Der BKA-Beamte mischte sich ein Können Sie mir sagen, in welche Richtung die Personen geflüchtet sind? Nachdem ich aus dem Raum kam und in Richtung Wachhaus lief, habe ich mich vorsichtig umgeschaut Aber keine weiteren Personen außer denen hinter mir gesehen Im Wachhaus konnte ich nichts sehen Sind da Fenster drin? Natürlich, ja Und warum konnten sie nichts sehen? Es waren starke Strahler auf uns gerichtet und blendeten in alle Fenster Wo kamen die her? Später habe ich erfahren, dass es die Strahler waren, die sonst oben am Dach waren und die Umgebung ausleuchteten Die müssen abmontiert und hier wieder aufgestellt worden sein Jedenfalls waren danach oben keine mehr Deshalb war die Umgebung ja auch nicht mehr erhellt Nermin und Sigi schauten sich wieder an Nermin stieß ein Laut aus, den Sigi als Frustration wertete, dass die Vernehmung kaum Anhaltspunkte ergeben hatte Der Wachmann fuhr fort In welche Richtung sie dann gelaufen sind, das kann ich nicht sagen Ich habe auch kein Fahrzeug gesehen und ich habe auch kein Fahrzeug wegfahren gehört Waren in der letzten Zeit Personen vor Ort, die sich eventuell auffällig verhalten haben? Ich bin nur in der Nacht dort eingesetzt und ich habe nichts Auffälliges gesehen oder gehört Es waren auch keine Auffälligkeiten im Dienstbuch vermerkt Und bei der Schichtübergabe wurde auch nichts mitgeteilt Nermin stellte noch einige Fragen zum Umfang der Zerstörung und verglich diese mit den Fotos, die sie vor Ort geschossen hatte Dann fragte der BKAler Können Sie die Schlagwerkzeuge näher beschreiben? Ich habe in Erinnerung, dass ein Knüppel ca. 60 cm lang war und er müsste rund gewesen sein Genau kann ich es aber nicht sagen Ich kann nicht einmal sagen, ob es ein Baseballschläger war Wurde etwas entwendet? Mir haben sie meine Ausrüstung, bestehend aus dem U-Pad der Marke Motorokia und meine MacLight Taschenlampe entwendet Weiterhin wurde das Dienstbuch, die Dienstanweisung, eine weitere MacLight, das Akku aus dem Dienst-U-Pad Der U-Pad-Akku von Herrn Sattler und das Aufnahmeband aus der Überwachungskamera entnommen Weiterhin fehlt der Zugangsschlüssel zum Institutsgebäude und zum Wachhaus Ob noch weitere Sachen fehlen, kann ich jetzt nicht sagen Die genauen Unterlagen zu den U-Pads müsste die Firma haben Können Sie mir sagen, wie viele Personen insgesamt dort waren? Ich schätze, es waren maximal zwölf Personen vor Ort Ich kann aber nicht sagen, ob sich unter den Personen auch Frauen befunden haben Mehr fällt mir zu den Personen jetzt nicht ein Die ermittelten, schauten sich an Noch Fragen? Ohne lange abzuwarten, bedankte sich Nermin bei dir, Zeugi, und brachte sie zum Ausgang Zurück in der Runde, machte sich Frustration breit Präzisionsarbeit Abwarten Irgendeinen Fehler macht Jedi Und Ausnahmen bestätigen die Regel Außerdem hast du das schon mal gesagt Egal Pause? Oder gleich den zweiten? Ich kann noch weiter Na dann, auf in den anderen Raum, da müsste jetzt der Herr Sattler sitzen Die zweite Vernehmung ergab wenig Neues Dem PKA-Beamten missfiel das Wie konnten die Personen denn unbemerkt zu Ihnen hinkommen? Wenn sie da im Wachhäuschen saßen, rundherum Fenster sind und alles erleuchtet ist Ich war ja direkt unten im Zugangsbereich der Baustelle, eben im Wachhaus eingesetzt Es war am Abend auch alles ruhig Gegen 1 Uhr tätigte ich meinen Kontrollanruf in die Firmenzentrale in Potsdam Dort müssen wir uns alle 30 Minuten telefonisch melden Wie gesagt, gegen 1 Uhr habe ich dann den regelmäßigen Anruf mit dem Dienst-Jupad getätigt und legte das Dienst-Jupad auf den Tisch ab Mein privates Jupad lag auch auf dem Tisch Als ich aufgelegt und das Jupad auf den Tisch abgelegt hatte, hörte ich plötzlich hinter dem Wachhaus Schritte Ich habe mich nicht umgedreht, sondern bin aus dem Wachhaus raus, um nachzusehen, wer da kommt War das nicht ungewöhnlich? Nein, meine Kollegen sind ja vor allem unterwegs und schauen öfter bei mir vorbei Wir wechseln ein paar Worte oder die holen etwas aus dem Wachhaus Wir haben unsere persönlichen Sachen ja nicht in der Baustelle, sondern in der Wachhütte Die Schritte jedenfalls konnte ich deutlich hören, da der Weg mit Kies aufgefüllt ist Als ich die Tür von innen öffnete, um rauszugehen, da sah ich vier Personen direkt vor mir stehen Sie standen circa einen Meter vor der Tür Alle vier Personen waren dunkel gekleidet und trugen auf den Köpfen dunkle Motorradmasken mit Seeschlitzen Am Mund waren keine Schlitze Die vier Personen hielten alle jeweils eine Pfeffersprayflasche in der Hand und richteten sie alle vier direkt auf mein Gesicht Der Abstand zwischen meinem Gesicht und den vier Pfeffersprayflaschen war circa 40 bis 50 Zentimeter Außerdem blendeten sie mich mit Taschenlampen Eine Person fing dann an zu sprechen und sagte mir, ich solle auf die Knie gehen Haben Sie ein Dialekt erkannt? Nein Auch nicht Dann weiter Ich folgte dem, was die Person sagte und ging runter auf die Knie Eine andere Person hob mich wieder hoch und brachte mich auf eine Rasenfläche zwei Meter weiter an der Seite vom Wachhaus Dort sagte mir diese Person, ich solle mich wieder hinknien mit dem Gesicht zur Wand und ich solle die Hände über den Kopf nehmen Das habe ich auch getan Die Person, die mich dort hinbrachte, sagte dann zu mir, wenn ich kooperiere, dann passiert mir nichts Diese Person sprach auch Hochdeutsch ohne Dialekt Sie blieb immer direkt hinter mir stehen Aus den Augenwinkeln heraus konnte ich dann beobachten, dass zwei Personen in das Wachhaus gegangen sind Welche der vier Personen es waren, konnte ich nicht sehen, denn ich durfte mich ja nicht umdrehen Ich konnte weiter aus den Augenwinkeln heraus sehen, dass eine von den vier Personen zur Baustelle ging Was machten die Personen im Wachhaus? Weiß ich nicht Wo ich kniete, war kein Fenster Nach circa fünf Minuten kamen die beiden Personen wieder raus aus dem Wachhaus Eine dieser beiden Personen kam zu mir und gab mir mein persönliches Handy und sagte zu mir, ich soll aus meinem U-Pad den Akku entnehmen und ihm geben Es war die Person, die ganz zu Anfang zu mir sagte, dass ich auf die Knie gehen soll Ich gab den Akku dieser Person Das U-Pad selbst durfte ich behalten Ich kniete immer noch und hörte hinter mir, wie drei Personen miteinander sprachen Was sie sprachen, konnte ich nicht verstehen, das war zu leise Die vierte Person stand in der Zeit an der Wachhaus-Ecke und passte auf Herr Sadler, es ist etwas komisch Sie sagen, Sie mussten den Akku aus dem U-Pad nehmen Wir haben aber die Funkzellen überprüft und gesehen, dass sie in der Zeit danach im Netz angemeldet waren Wie können Sie das erklären? Das kann nicht sein Vielleicht verwechseln Sie es mit dem Dienst-U-Pad Moment Nermin zauberte die U-Pad-Nummernliste auf den Touch-Table und scrollte durch die Zahlen Sie haben recht Wieso blieb das im Netz? Nach meiner Tabelle hier hat es sich immer wieder an- und abgemeldet Es sind auch Nummern gewählt worden Danach hat es sich wieder abgemeldet Ja, das war so Die Person, die mir auch mein eigenes U-Pad brachte und zu mir gesagt hatte, dass ich auf die Knie gehen solle Kam dann zu mir und fragte mich, ob wir Kontrollanrufe machen Wie viele Wachleute da sind und wie oft die Polizei vorbeikommt Das haben Sie beantwortet? Ja, ich hatte viel Angst Was sollte ich machen? Gut, erzählen Sie, was Sie gesagt haben Zunächst sagte ich, dass die Polizei in unregelmäßigen Abständen kommt Circa zwei bis vier Mal die Nacht Dann sagte ich ihr, dass wir drei Wachleute vor Ort sind Danach sagte ich ihr, dass wir alle 30 Minuten anrufen müssen Darauf fragte die Person, wie das mit den Anrufen genau läuft Ich sagte, dass wir in der Zentrale anrufen, es dreimal klingeln lassen und dann auflegen Die Person fragte weiter, ob die anderen Wachleute Streife gehen Das bejahte ich Plötzlich ging dann der Wecker des Dienst-U-Pads an Der Wecker ist so eingestellt, dass er alle 30 Minuten klingelt, damit wir die Kontrollanrufe nicht vergessen Die Person fragte darauf, was das ist Ich erklärte ihm, dass es das Zeichen ist, dass wir in der Zentrale anklingeln müssen Ich sollte mich dann umdrehen und er gab mir das Dienst-U-Pad Dabei richteten die drei Personen ihre Pfeffersprayflaschen wieder auf mich und zielten auf mein Gesicht Die Person, die auch vorher immer mit mir sprach, sagte dann, ich soll ganz normal meinen Kontrollanruf machen Ich rief die Zentrale an und ließ dreimal klingeln und legte auf Die Person fragte darauf, ob das jetzt alles war Das bejahte ich Puh, entfuhr es sie Er stand auf und füllte seine Tasse nach Freundlich bot er auch dem Wachschützi ein Getränk an, der dankend eine Tasse zu sich zog und füllen ließ Dann schaltete sich das Handy nach meiner Liste wieder ab, meinte Nermin Ja, ich sollte der Person das Dienst-Handy wieder zurückgeben Die Person entnahm dann aus dem Handy den Akku und steckte ihn in seine Hosentasche Danach sollte ich mich wieder umdrehen in Richtung Wand und sollte die Hände wieder hinter den Kopf legen Das tat ich auch Haben Sie trotzdem etwas Spannendes beobachten können in dieser Phase? Während der Gespräche konnte ich sehen, dass unser Dienstbuch und das Kontrollheft draußen neben dem Wachhaus auf dem Rasen lagen Ich hörte dann, wie in einem Heft oder Buch geblättert wurde und eine Person ging wieder in das Wachhaus Danach musste ich ja wieder auf die Wand gucken Die ganze Zeit? Nein, nicht sehr lange Es wurde irgendwann dunkel Die Scheinwerfer, die vom Dach herunterstrahlten, gingen aus Ich konnte die ganze Zeit irgendwelche Geräusche aus dem Gebäude hören, aber nichts sehen Einige Zeit später sollte ich aufstehen und ins Wachhaus gehen Das tat ich Die machten die Tür hinter mir zu Dann gingen Strahler an, die von allen Seiten auf das Wachhaus zeigten Später erfuhr ich dann, dass es die Strahler vom Dach waren Durch die Strahler konnte ich nichts mehr sehen Ich habe in der Tür gerüttelt, aber die war von außen verschlossen So war ich eingesperrt, konnte nicht sehen und auch nicht mehr viel hören Wie lange waren Sie da? Weiß ich nicht, aber sicher mehr als eine Stunde Eher zwei oder sogar drei, würde ich schätzen Telefonieren konnten Sie nicht? Nein, die Täter haben aus meinem U-Pad den Akku mitgenommen Das Dienst-U-Pad lag zwar im Wachhaus, aber der Akku war auch weg Den müssen Sie auch mitgenommen haben Erst später, als alles vorbei war, hat mein Kollege ein weiteres Handy im Wachhaus gehabt Das habe ich aber nicht gewusst Er konnte damit aber zunächst auch nicht telefonieren Die Vernehmung ging noch einige Zeit weiter Mit ähnlichen Fragen und Antworten wie bei der ersten Vernehmung Auch der dritte Zeuge berichtete alles sehr ähnlich Hinweise auf Tetis hatte er auch nicht Spät am Nachmittag, als alle Informationen in die Auswertungssysteme eingegeben waren Ging die Soko auseinander, um am Folgetag früh wieder mit dem Dienst zu beginnen 1 1 2 2 2 2 3